Hier hinten ist dann die Sauna und Türkischbad hier hinten dann. Und hier fahren wir dann direkt zum Hallenbad. Und hier gibt es dann der Salzburg. Man kann hier hinten auch von außen rein gehen. Wenn es mal ein bisschen zu kalt ist, gucken wir einfach hier rein. Kann man auch schön im Winter. Das ist hier bestimmt super angenehm.